hallo und herzlich willkommen bei reddoggames ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute ist wieder das spiel lotz mobil im weg dann werden wir erstmal sofort starten so ja ja Okay. Oh, das sind die ganzen Erfolge. Also, das Spiel macht so ein bisschen Spaß, joa, hier muss man die Basis aufbauen, da muss man so ein bisschen kämpfen. Also, da muss man die Basis aufbauen, da muss man die Basis aufbauen. Oh, 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 das verliere ich. Oder? Oh, ne, gewonnen. Das war aber haarscharf. Ach ja, ich hab hier einen neuen Charakter. So, stimmt ja. Ausrüsten. Ok, ok, mach mal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt bin ich hier grad erst mal am Suchen. Aber es seht ihr ja selber, dass ich hier nur suche. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Vielen Dank. Das war jetzt alles von meinen Helden gewesen? Okay. Und was haben wir jetzt noch? Wollen wir mal eine Gilde erstellen. Okay. Muss ich Burg auf Level 6 haben. Und dann nochmal was holen. Angreifen. Aber jetzt. Nehmen wir den mal. Schauen, was passiert. Ich hoffe, er gewinnt. Also, er stinkelein. Oder doch, klar. Klar gewinnt mal. Oh. Die 10 Minuten sind auch schon vorbei. Ja, gestern hat es ja auch, finde ich, so richtig geklappt. Da war ich auch ziemlich müde gewesen. Jetzt nochmal den Krieger. Zack, zack, zack. Oh, es war richtig gut. Nein, Instagram habe ich da nicht hier drauf. Kartis ausbauen. Okay. Abholen. Den auf Level 2 soll ich machen. Okay. Geht auch noch gratis. Nice, nice. Und jetzt ein Herrenhaus. Das geht auch gratis. Abholen. Eine Kaserne. Auch gratis. Oh, auch abholen. Das geht auch noch gratis. 80 Soldaten herstellen. 80 Soldaten herstellen. 90 Soldaten herstellen. Das geht auch mal. Baden. Oder. Was. Das geht auch mal. Bis zum nächsten Mal. D schimbabers. Bist den Platz. Und das geht auch weiter. Und das geht auch mal. D schimbabers. Und das geht auch mal. D schimbabers. so das war es jetzt alles ok den kann ich nochmal ausbauen das geht sogar noch gratis ich bin hiermit fertig wenn ich nichts mehr verbessern kann sofortige verbesserung machen kann dann bin ich für heute hier fertig aber solange das noch geht mache ich das noch schnell fertig wird ja auch nicht mehr allzu lange dauern denke ich mir mal aber zurzeit habe ich noch ganz schön viel sofortige verbesserung abholen und jetzt noch meine güte und abholen immer den blauen Pfeil hinterher und abholen und abholen und abholen und abholen auf level 2 auf level 3 ok jetzt die mauer auf auf 3 ok Okay, das war's. Ne, das noch nicht? Hm, doch, das war's. So, das war's für heute bei mir mit den Lordsmobile. Einmal wegdrücken hier, obwohl kann ich die noch heilen. So, was ist das Set? Zuflucht, okay. Hier leuchtet noch meine Statue. Ach, das waren die Hildenrunden. Da ist noch gesperrt, gesperrt. Gesperrt, da ist noch ein Gegner, den ich später noch freischalten muss. Ja gut, ach ne, jetzt ist er schon fertig. Warte, machen wir schnell weiter. Mein Name, mein Name, mein Name ist Red Dog. Ist schon benutzt, okay. Dann kommt der Red Bartack. Oh, was ist das für eine Karte? Haben wir da schon mal drauf? Habe ich da schon mal draufgedrückt? Ich glaube nicht. Ah, doch. Ja. Ach, das ist sowas wieder. So was finde ich immer doof. Na egal. Ich bin jetzt für heute erstmal fertig. Und ich denke, das Spiel werde ich dann auch nicht mehr weiterspielen, wenn ich sowas hier schon wieder sehe. So. Dann schnell verlassen, Spiel verlassen, bestätigen. Und wir holen unser Ticket ab. Und dann war es das für heute. Ticket einlösen. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.